Hallo bei support.net surft. Mein Name ist Jakob und ich möchte euch heute mal eine Seite namens BSPIK vorstellen und da geht es darum, wie verschieden durch Tiergeräusche in verschiedenen Ländern auf der Welt nachgeahmt werden. Das hört sich interessant an, ist aber noch viel einfacher zu demonstrieren, wenn man mal reinhört. In Deutschland macht der Hund also und in England und in Polen und wie macht er wohl hier und hier. Das lässt sich natürlich mit ganz verschiedenen Tieren. Ich tippe mal, dass das hier eine Katze ist. Ist doch wunderbar. Eine Klassiker ist natürlich auch der Polizeiwagen. In Deutschland kennen wir ja die Sirene. Ja, also das ist ein ganz wunderbares Projekt. Man kann das unterstützen, indem man T-Shirts kauft oder natürlich auch indem man selbst Laute einreicht, denn die Sammlung wird immer noch ständig erweitert. Macht Riesenspaß, da mal vorbeizusurfen. Probiert es ruhig aus und bis zum nächsten Mal bei support.net surft.